Ich transferiere gerade zum anderen Server, aber das dauert wohl ein bisschen. Jo, dann transferieren wir mal ein bisschen. Ich bereite erstmal die Einladung vor, würde ich sagen. Ja, genau. Da haben wir den Schoko-Tiefen. Ja. So, Schoki müsste es eine Einladung haben, genau. So, wie lange wollen wir fahren? Übliche Zeit. 90 Minuten mit Seitenwechsel. Mit Seitenwechsel, ja, ungefähr viertel nach acht. Ja, wie üblich. Ah, jetzt bin ich in der Garage. Jetzt, oh mein Gott. Den lassen wir aus dem Spiel, das bringt nichts. Den ist nur raus. So. Einladung müsstest du bekommen haben. Ja. Jo. Gut, dann begrüße mal unsere Zuschauer. Hallo, hier ist der Tempo 67 mal wieder. Heute ist Donnerstag. Donnerstag heißt auch wie Montag Zug fahren. Und heute sind wir um Ruhm und Ehre unterwegs im Zug. Mit dabei ist der Schoko-Demon und der Schmersch-Kar. Hallöchen. Hallo, hallo. Hallo, hallo, genau so. So. Schoki gibt den Takt an. Russenpower. Okay, ich auch. Ach, der eilbekannte, gute... Dann schubst du uns mal rein, ne? Oh ja. So, und hinein ins Gefecht. So, dann schauen wir mal. Oh, hallo, fängt ja gut an. Low-Tier. Richtig gut. Ja. Hol mal ein bisschen Feuerholz. Machen wir mal ein Feuerchen hier. Feuerchen hier. So, wir fahren mal nach H8. Also, wir fahren mal rechts. Okay. Durch die Heavy-Gasse. Mal gucken, wie wir uns noch schlagen. Hat der Gegner so einen Tiger, einen IS. Zwei schwere Panzer nur. Wir haben vier. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Das ist das erste Gefecht. Dann gucken wir mal. Dann fahren wir jetzt. Hm. Ich merke, ich habe gar keinen... ...Sound hier bei mir. Gar keinen Sound? Game Sound. Oh. Ne. Ist irgendwas ausgeschaltet? Eigentlich nicht. Das ist halt Windhof. Hä? Was? Klasse, ne? Also, ich hab Sound. Ja. Ich hör alles. Ja, wieder... ...herrlich hier. So. Ne, irgendwie... ...lässt... ...stumm. Haha. Sehr klasse. Sehr merkwürdig. So, ich fuhre mal ganz krank durch hier unten runter. Da ist ne Hellcat. Jetzt, okay. Äh, wo seid ihr denn? Hihihi. Schoki? Ich bin... Ich bin etwas hinter dir. Oh, scheiße, 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 ne? Was haben wir denn da alles? Die haben mich natürlich jetzt weckzischt. Hoffe ich doch. Ich bin... ...wann da keiner kommen. Ich muss mich ärgern, wenn es so gut geht. Ah, da ist einer. Ah, ich bin nicht rum. Ich habe ein Problem. Okay, ich bin raus. Ich habe doch keine Chance gehabt. Die Kiste war zu langsam, an den Berg hochzukommen. Die ganze Ecke gerümmelt. Irgendwas ist ja auch umgekehrt. Der Muschel hat auch einen ganz blöden Leck hier eben. Da hat ja nichts mehr gedreht hier. Ich wusste vorhin gerade mal World of Tanks neu starten, das wollte nicht mehr. War nur die Eier-Uhr-aktualisierte Garage. Wie beim letzten Stream. Wollen wir mal gucken. Vielleicht klappt es euch ja besser. So, na, ich bin jetzt auch raus. Okay, Schoki, du bist dran. Ich probier mal kurz, während ihr da so am Start seid, ein anderes Headset aus. Mal gucken, vielleicht liegt es an. Schoki, such dir Deckung. Du stehst ganz aus. Du musst mal gucken, dass du irgendwo Deckung hast. Sonst wäre das nichts. Gut, dann können wir ja rausgehen. Guten Abend. Guten Abend. Ihr könnt mich hören? Klar und deutlich. Das hat echt am Headset gelegen gerade. Aha, okay. Ganz komisch. Ich habe jetzt hier gedacht, ich bin mal schlau. Hahaha. Ich habe mir so ein kabelloses Bluetooth-Headset geholt. Mhm. Ja. Das funktioniert wohl, auch wenn ich alleine spiele, aber wenn TeamSpeak dabei ist, dann scheint TeamSpeak alles zu überlagern. Das ist ja Merkwörl. Der hat aber mit Bluetooth eigentlich nichts zu tun. Nee, aber es ist wohl der allmächtige TeamSpeak. Ich kann an. Naja, dann machen wir erst mal so weiter. Ich kann keinen Panzer reinschmeißen. Naja. Ah, warte, warte. Das zum Thema Technik und SmashK. Das ist klar. Ja, technische Probleme, genau. Kriegen wir alles hin. Kann nur besser werden. Was wollte er denn? Warte mal Fimwa fahren? Okay. Dann muss ich den KV1. Fimwa. Was fahre ich nochmal jetzt Fimwa jetzt da? Hm. Hm. Das ist ja toll. Ich fahre mal einen Franzosen. Oh, nein. Hm. Nee, kein Franzosen. Engländer. Engländer. Ja, gute Engländer. Ob die so gut sind, weiß ich nicht. Hm. Hm. Ich werde mal sehen. Oha. Ah, 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 ah. Wir müssen verteidigen. Ah, super. Ja. Wir verteidigen mal. Ah. Klasse. Ein Fimwa-Gefecht. Gut. Eine Artie. Eine. Wir müssen mal gucken, ob wir was aufmachen können. Na, gucken wir mal. Versucht mal euer Glück. Wir müssen noch ein bisschen was aufmachen. Vielleicht klappt das ja. Ja. Komm. Komm mal hinten um den Teich rum. Die Kiste ist ja nicht gerade schnell. Wie lange ist er nicht mehr gefallen, die Crusader. Das Gefühl, da kriege ich mir einfach voll auf die Mütze. Grafiker von Wargaming haben auch keine Ahnung, wie er eine Telegrafenmasse hinstellt. So kann man nie eine Leitungsführung machen. Nee. Hier haben wir noch alles. Das sind alles Stümper. Das ist alles Leit. 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 Das ist ein bisschen Rattelpest. Wollen wir irgendwas schießen? Nein, natürlich nicht. Ich bin mal schön auf Deckung 8, auch wenn nicht viel Deckung da ist. Hm. Oh Gott, diese Kiste langsam. Ich bin Ewigkeit nicht mehr gefahren. Sind alle da? Hm. Okay, jetzt gehen wir kurz mal gucken, ob ich hier was sehe. Da sehe ich nichts. Huch! Da kommt ein KV ein. Mamma mia. Ich fahre ein bisschen zurück. Okay, sonst nimmt er dich. Der hat mich genommen wie sie ja. Ja, ich kann mal gleich. Ich bin nicht empfohlen. Der ging nicht durch. Scheiße, scheiße. Was noch? Cool, selber. Ah. Ein Kettchen ist ab. Machen wir da auf, warte. Ah. Nur, nur. Schatz. Das ist auch ein cool, Selder. So eine Sauerei. Ja, finde ich auch. Ja, sehr. Peng. Bam. Schuhki, pass auf, ne? Ja. Diesmal können die Kanonen nicht... Ja, sowas soll es geben. Sowieso machen sie nur. Oh, wo schießt dieser blöde Crusader, ey? Ist ja ätzend. Auch. Ja. Autsch. Autsch. Ja, jetzt Autsch. Mhm. Ich hab einen Bulletschitter am Crusader, krieg ich aber nicht raus. Das musste ich. Öh, er war die Arten. Das war knapp. Schöner Schuss. Das war's für uns. Hau aus. Deswegen mag ich KV1 nicht. Ah, die sind schöne Dinger. Ja, auf der anderen Seite. Ja, selber. Ja, mal sehen. Ah. KV, KV. So. So. Ich mach was rein. Mhm. So. Okay, und rein. Wunderbar. Also Schuhgärt den KV1 schon freigeschaltet, aber hat zu wenig Geld. Das Taschengeld reicht nicht zum Kauf. Ach Mensch. Naja. Ah, hier. Und wir fahren mal hier zur Einseitlinie hinunter. Wir fahren links. Alles klar. Boah. Schöner Panzer. Schöner Panzer. Schöner Panzer. Schöner Panzer. Ja. Ach, das war ein saugeiles Gefecht. So, die kleinen, dicken, dicke Wuppbrummi hier, die ich mal als Schutz. So. Ja gut. Ja genau. Nur auf die kleinen, dicken hier. Ich bin nicht dick. Ja genau. Ich bin nicht dick. Ja genau. Zucki? Wo bist du? Ja. Warum bist du denn so langsam? Schokolade. Ah. Ah. Bei dem ist rationalisiert die Schokolade. Gibt nicht mehr so viel. Warte, warte. Ich muss den Kasten saubern. Okay. Mann. Ich hab da was gefunden. Da steht was. Da ging voll durch ihre Panzerung. Ich hab da noch ein cooler IS auch noch. Scheiße. Komm vor, komm. Bounced. Look up. Autsch. Schau der Manic. Ich gehst da rein. Wie hier noch? Scheiße. Das ist viel zu wenig. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja. Komm hier nicht weg hier. Der ging nicht durch. Okay, ich bin raus. Das war's für uns. Raus hier. Mhm. Komm ist auch raus. Noch nicht. Ah. Na, vielleicht bin ich ein Stück zu weit nach vorne gefahren. Kann auch sein. Tja. Ja, oh eh. Na, ich hab ihn zwar getroffen, aber ich glaub das war ihm ein bisschen egal, glaub ich gerade so. Jetzt gucken, dass du die beiden Zwillingstürme vorne triffst. Da kommst du ganz gut durch. Oder eine Seite, aber die Seite ist schlecht so von vorne. Ja. Das ist, ja genau. Also schlecht so von vorne. Die befürchten, dass er uns auch gleich hier umrundet hat hier. Unser Team hat sich schon fast aufgelöst. Und aufschnuppeln lassen. Dass ich da mehr Geld drankomme. Ja, dazu musst du auch nicht Schaden machen und Geld verdienen. Viel Schaden machen und Gewinnen dabei. Und überleben. Verliere nicht. Ein Geld oder was? Doch, auch nicht ganz okay. Ein schöner Schuss. Sauber. Ein paar Schaden hat die Veranstalter. Ah, welch ist er? Welch? Ich habe 519 gemacht und dreimal den IS-1 vor dem Latz geknallt. Ich glaube, die können jetzt eigentlich alle hier hinten rumhauen, das wird auch uncool. Tja. Nächstes Mal empfangen, man ist ja höflich so. Ah ja, Höflichkeit ist wichtig. Sonst wäre das nix. Zeit ist ein Zier. Es geht doch ohne ihr. Ja, genau. Oh, E25. Deutschland-Premium. Die Dinger sind auch mörderisch. Furchtbar, ey, sind so... Vielleicht noch mal KV-1 fahren, ich find. 40 IS. Ja, oder? Ein Glück angewinkelt gewesen. Unser... Oh, Niederoben scheint AFK zu sein, unser Tim Thaler, na, super. Schöner Schuss, sauber. Schöner Schuss. Ja, der ist AFK, der macht gar nix, super. Der VK wird gleich von hinten kommen. Und von vorne kommt gleich der IS. Oh, fuck, fuck, fuck. Von hinten kommt gleich der VK. Ja. Wie ich's auch mache. Naja. Oh, komm nix. Ich kann's mir jetzt... Eigentlich kann ich's mir jetzt auch sagen. Ja. Ne, zu viel zu viel mit ausfüllen. Viel zu viel mit ausfüllen. Uh. Ja, Tim Thaler AFK, gut. Weiß ich nicht, wie lange er AFK ist. Das ist doof gelaufen. Dann hätte er mich vorne ein bisschen decken können. Na ja, gut, okay. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Ich könnte hier zuflamen ja ausfüllen. Aber nee. Sowas mach ich nicht. Oh, vorhin haben wir gewonnen, das Gefecht. Ist das denn nicht cool? Das haben wir da. Hm. Oh, das haben wir verloren. Okay. Ach, das ist schon so weit. Mit Anlauf. Mit Anlauf, jawohl. So, und hinein wieder. Der altbewährte Zug. Oh, okay. Jetzt sind wir los hier. Und lassen den Steppenwolf raus. Ho, 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 ho. Ja. Toilette? Na klar. Wer kennt nicht die Steppentoilette? Wir fahren mal so nach links, ne? Machen wir... dann schauen wir mal das haben wir so gegenseitig ist die ap aber zwei körper haben die ihre viele hellbis na gut wir fahren trotzdem immer wir fahren mal darum t29 den habe ich auch der ist schön der macht auch spaß und derzeit ohne kuh das ist bei mir im t34 da ist ein prämiumpanzer mit dem gut läuft pro tagemission für den t25 marathon zehn gefechte gewinnen und unter den ersten ok steht noch bei 0 von 10 was ist denn so so schupe fährt wieder mit angezogener handbremse hier was ist denn schön höy geschießt die arti tja wie frech ne ja jesus kommt echt voll rein hier was soll denn das das macht nur noch nicht wir haben sie nicht mal angekratzt mhm diesmal ein sprich habe ich noch gar nicht akzeptiert aber ehrlich so mhm mhm ich kann hier auf nichts wirken das ist doof da führt auch keiner weiter vor dahin und das ist sowieso das Letzendes da kann ich auch nichts das ist so cool da fahrne mal rum ja jetzt fahren wir vorne mal rum helfenъ da mal so ein bislyn Ich darf auf 85. So, wir haben einen verballert, da war die Artie, schlettern wir nochmal einen da rein, Autsch, boah, boah, boah. Funkgerät beschädigt, Reichweite eingeschleckt, die haben uns eine Kette abgeschossen, wir stecken fest. Weiter geht's. Funke rausgenommen, Säcke. Hm. Uh, ha. Da ist was. Ich habe das Gefühl, wir verlieren das Gefecht wieder, kann das sein? Ja, ja. Ich glaube schon. Ah! Anwärts. Okay, ich bin der letzte, der letzte Amerikaner. Viel Spaß. Naja, war mir schon klar. Naja. Viel Spaß. Oh! Okay. Ja, keine Chance. Was willst du denn machen? No Chance. Naja, nun. Naja, kann nur besser werden. Gucken wir mal. Mhm. Naja, also ein bisschen was gemacht. Ein bisschen geklärt. Ein bisschen Schaden gemacht. Mhm. Oh, teure Runde. Ja. Bah. Jetzt wird's besser. Ab jetzt. Meinst du? Meinst du? Ja klar. Ich ändere mal den Panzer. Oh ja. Ja, sieht ja gut aus. Ja, fahren wir mal in die Stadt. Mhm. Nach links. Zum Shop. Bei dem Wetter und Frühling ist auch noch ein Cabrio hier, ne? Naja. Das zieht. Das ist für die Frischluft-Fanatiker. Mhm. Ach, das Husten hört man. Guck keiner an. Ja. Schoki muss lauter reden. Ja. 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 Ja, die Böntchen aus den Ohren. Oh, keinen Kratzer in meinem Panzer hier rein. Ja, kommt. Wir fahren mal ganz hinten rum, oder? Achtung so, wirklich, ich fahr ja vorne rein. Wir fahren ja vorne gleich rein. Wir probieren das einfach. Für Ruhm und Ehre. Könnte dieser KV-1 langsam. Oh. Oh, das fette Mütter. Ich will Kissen immer fehlen. Ganz schön fech, das Viech. Oh, hier gibt's gar nichts. Gut. Oh, was gibt's denn da? Alecto. Ein Jagdpanzer. Oh, hier haben wir da hinten. Wie ist das denn die Putze? Hm. Wo ist denn der Alecto? Oh. Diese Kniff, die schüttet auch alles. Ich weiß nicht, was ich kliffen soll. Ah, von der ganzen Welt auch noch nicht spielen. Ei, 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 ei. Können wir mal so ein bisschen... Okay. Okay. Geht. Hier, gut. Schön, das Haus. Schön. War ein Stock. Mal gucken von hinten. Gar nicht gut. So, der UI will nicht mal mitspielen. Nein. Eigentlich nicht. Mit Vorfahrt kriegt ne Schelle bestimmt. Habt ihr das geschossen? Mhm. Das ist gut. Und der ist sogar hier nicht weg. Ach du Scheiße, steht da drin. Genau. Oh, die lassen die. Oh. Okay, ich bin raus. Ich auch. Oh, das läuft so... Sag mal, die Schüler 3 zu 11, was ist das für scheiße Gefechte schon wieder? Was macht unser Team eigentlich? Ich weiß nicht, wo die sind. Oh. Oh. Na gut, geh mal raus. Watz, watz. Ey. Was ist das denn? Das läuft nun ja gar nicht. Ah. Sechs haben wir nochmal fahren? Ach ja. Ja. Halt probieren. Ich geh mal ein bisschen spotten. Die Crew muss noch ein bisschen gelevelt werden. Mal gucken, vielleicht irgendwo... Ja. ...ein Wochenende mal wieder... ...n kleinen Streamchen machen, kleine Aufnahmen machen. Tempo 67 bei den Briten Teil 2. Oh ja. Genau. Die spinnen die Briten. Ja. Na, tun sie. Manchmal. So. Genau. Geh schon wieder. Wir fahren bis zur E-Linie und kurven da so ein bisschen rum. Ab und zu mal Hügel gucken, dann wieder runterfallen lassen. Alles klar? Also ihr fahrt geradeaus, ja? Ja, wir fahren geradeaus, ja. Okay. Ich schlag mich mal nach links durch und guck mal, ob da was geht. Da. Man sieht sich. Jo. Bis denn nicht. Wir können noch zum Hügelhof fahren, aber erstmal bleiben wir hier unten. Wir sind ja schnell, flexibel. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal, da. Und... ... und dann. Das ist ja, ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Wirkungstreffer Nicht so weit vorfahren, sei vorsichtig, sonst holen sie sich Sei vorsichtig Sophie, sei vorsichtig dort Dass sie in der Ecke wieder zurückfallen Und sie wieder einen Haken irgendwo Das ist ja keine Ausbildung mehr Hier ist bitterer Krieg Genau Hier gibt's keine Platzpatronen mehr Hier wird scharf geschossen Jawoll, Schatz, jawoll Habeleck Haben wir nicht getroffen, schade Der arme Ekster müsste raus, der stört Knips ist so heftig Oh, voll daneben geschossen, super Der ist aber auch verdammt schnell Verdammte Fresse Ja, der ist gut Der am Ekster ist klasse Der ist ein bisschen OP auf Stufe 5 Da kommt der meistens auch mit Bis zu siebener Gefechten rein Mit achtern teilweise Achtung 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 Mann, wir sind wieder weg. Die schießen hier so scharf. Mann. Da. Krieg was auf da? Okay. Brauchst du nicht mehr auf, weil das nicht erledigt. Ich bin wieder 8 zu 13. Na super. Au. Das haben sie bei mir auch gemacht. Ich könnte mich nicht mehr rühren. Kette weg. Egal was. Kommt gleich der AMX. Ja. Dann haben wir jetzt da verschossen. Unser Munitionslager wurde getroffen. Ziel erfasst. Hm. Ha ha. Jetzt weg. Okay. Also wo ist die Kanonen hier? Okay. Schade. Hätte ja klappen können. Ja. Aber dann kommen wir wieder so irgendwie flinker. Ja. Seid ihr auch schon tot? Okay. Ja, wir sind raus. Hm. Echt mal. War die Trompete kaputt? Ja, war ein Loch drin. Hm. Kaderbruch. kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Hmm. Denn Heavy stehen wir hier gerade ein bisschen doof. Ich stehe mich hier vorne noch mal ins Gebüsch. Mach das. Autsch. Das wäre nicht. Wir haben ein Kino hier. Los geht's. Wir fahren Richtung Berg. Komm her. Schwingen die Haxen. Schnauble, der Arsch. Wir schnauble, das fahren ab vom Schinken. Das ist so ein Bild. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzer, die alle in dieselbe Stellung rein wollen. Super. Und der eine schiebt den anderen dann mal wieder weg, wie immer. Ey, das ist... Ja, das ist lustig immer. So, und wir sind hier die einzigen, die auf jeder Seite sind. Ja. Das ist doch schon wieder... Mistig. Schön zum Kotze, hier kommt keiner groß mit. Na ja gut, okay. Müssen wir mal gucken. Wenn ich irgendetwas machen könnte. Da können wir doch ein paar mit jetzt hier, ne? Ja, und passt sich mit. Gucken wir mal. Ich fahre mal ganz hinten lang, in der Senke. Können wir uns wenigstens sehen. Diese Karte ist meistens auch prädestiniert, dass die irgendwo einfach nur rumstehen und nichts machen. 1, 2, 3, da sind schon mal 3 schwere Panzer da unten, das heißt, hier können auch nur noch 3 Stück sein. Okay, den einen sind sie los hier vorhin. Lass den wirken. Sehe ich nicht mehr, scheiße. Okay, dann gehen wir mal ganz drüber nochmal. Da wäre es aber keine Artie im Spiel, hat der auch was schon mal für sich. Oh ja. Ja, das stimmt wohl. Man legt von oben auf eine Mütze drauf. Gucken wir mal. Seht ihr hier irgendetwas? Oh, kommt gar nichts beim Berg. Das kann aber ja wirklich sein. Und wie? Einige stehen unten am Kuss. Autsch, hier ist ein T-7-16. Autsch, unten ist ein Stuck. Autsch, 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 Autsch. Autsch, 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 A Oh! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Hauptgeschütz zerstören! Okay, ich bin tot! Ja, wir hatten keinen Scout hier vorne gehabt, das ist Käse. Das ist sowas von Käse, wenn man keinen Scout hat. Ich hatte früher einen in der Grundschule. Ich auch! Ich hatte so grün, so schönes Flaschengrün. Blau ist keine Farbe, blau ist der Zustand. Meine beste Freundin! Gut! Autsch! Ja wirklich, Autsch! Oh, die Heavis geben sich die Ehre, das ist ja nett. Sehr schön! Schön, sauber! Ja, was soll man eigentlich gewinnen, sag ich mal? Hm. Was macht Schurki? Schurki steht auf der Bärchen, guck! Komm ich ja nicht hoch? Nein, kommt ja nicht! Muss wieder umdrehen! Das ist ja auch nicht schön! Ich hab auch gar keinen Schnorchel dabei! Ach! Hoch mit dicken Asch! Hoch damit, meine Güte jetzt! So! Einen haben wir getroffen! KV 1! Ja! Ha! Ha! Achso! Naja! Benne! Irgendwie läuft das heute wieder nicht! Nö! Nicht so richtig! Ja! Ja! Aber eben gerade mal! Hm! Ah! Hm! So! Gucken wir mal! Ja! Peinlich! Null Punkte gemacht! Was ist denn hier? Die Schokodiebelin kriegt Stahl, macht Nerven aus Stahl, macht aber keinen Schaden! Cool! Ha! 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 Klasse! Das hat doch was! So läuft's! Meine Mann! Oh, hier ist altbekannt hier wieder! Gucken wir mal! Ja! Ob's jetzt besser läuft, ne? Mhm! Ach ja doch! Das ist ein Fünfer-Geficht! Nett! Ha! Ab nach links! Nach links! Da wo der Daumen rechts ist, ne? Ja! Ja! Denk ich mal, oder? Ja! Ja! Bei mir? Ja! Doch, hab ich! Ja doch, stimmt! Hab ich mit, ja! Dann! Na, der... Ja! 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 Ich hab' total vergessen, Mensch! Ja! Ich hab' mir jetzt die 716er-Seite-Kaffee, was ist das für ein Kerl! Selbstmörder? Mit seiner Pappkiste? Hmhm! Mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm Choobidubidubu! Ist das gleich eine Artie? Nein! Sehr gut! Keine Artie! Ich liebe Spiele ohne Artie! Da oben stellt ihr hin zum spotten, sehr schön, sehr schön. Da kommt der um den Berg, ok. Hier so wenig, ok. Die umstellt sich besser hin. Ok, da kommt jetzt was. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Was? Was? Oh Mann, ey. Mit diesem Tuck shirt du da vorher nicht? Ich fang. Oh, diese... Ey, jetzt treut mich die Kanone hier. Mann. Der drückt jetzt. Hier in Churchill. Gut, dann helfen wir mal. Ein bisschen drücken. Autsch. Vorsicht hinter dir. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ganz schlechte Sachen hier. Löscht das Feuer. Wir haben das Feuer gelöscht. Wir haben das Feuer gelöscht. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Oh, ich schieße nicht drüber weg, ey. Oh, nee, ey. Kommt der wieder scheiß Ding nicht. Kommt der wieder scheiß Ding nicht. Kommt mal raus. Oh, ich bin auch raus. So ne bitte Stuck. Hat mich da rausgenommen. Ja. So, wer ist noch dabei? Schoki und? Schoki. Und Schoki. Schoki ist dabei. Ja, mit der Stuck habe ich auch Bekanntschaft gemacht. Hallo Schoki, zeig was du kannst. Im Stuck könntest du es doch rauskriegen. Die steht gut, glaube ich. Die ist hier hinterm Berg. Ich fahre weiter zu unserem Cap. Der wird gerade, das immer Reset ist das Ganze. Fahr mal weiter. Sag mal so gut. Ach, ist das aufregend. Ja, wir sind ein bisschen Schaden gemacht. Ist ja nicht verkehrt. Hm. Okay. Aber jetzt geht es aber um dir. Mann, du Mann. Eine nach dem anderen. Ouch. Irgendwo wird es beschossen. Mann. Wird dir doch angezeigt, wo es herkommt. Irgendwo. Aber du siehst aber keinen. Die wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ja. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Da ist er. Dau sack. Funggerät getroffen. Ja. Wir können fast greifen erreichen. Ui toll. Ja. Das läuft ja wieder bombastisch ey. Ui toll. Mh. Das war wieder toll. Runde. Feuersystem rausgenommen ey. Wohl toll. Mh. Braucht doch Kohle, Mensch. So, schmeißt was rein. Ach. Jetzt mal ganz was anderes machen. Wollen wir den hier mal. Mh. Oh ja. Da habe ich eine Lampe drauf. Vielleicht hilft das ja ein bisschen heute. Vielleicht. Eine Lampe. Eine Lämpchen. Eine Lampe. Wie immer Licht aufgeht. Genau. Weil draußen ist irgendwie dunkel. Draußen ist dunkel. Und nachts ist kälter als draußen. Ja. Ja. Genau. Richtig. Oh. In Städtler. Basis. Mh. Guck mal mal. Mh. 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 Los gehts. Genau, los gehts. Kann ich den Ebenfahrt schon so kaputt machen hier? War es eigentlich besser gesagt? Ja genau Ein Schnee vom Baum schütteln So geht das Das ist eine Telefonie Ah Verweise von der Konkurrenz, da habe ich nichts dagegen No Was steht, kommt man da? Was ist das denn, Gampo 1? Schöner Schuss Voll in die Presse Okay, gut offen Einmal getroffen, Motor kaputt Zweites Mal getroffen, ganz kaputt Ich könnte kotzen Aha Wie kann der mich hier treffen, ey? Was ist das denn für eine Kanone? Wie geht das denn? Ja, eine Häuserkante lang vorhin wahrscheinlich Au Oh, ey Weiter geht's Hm Ha 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 Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ah, schön. Der ging voll durch ihre Panzer um. Komm, du T-150. Komm her, komm. Jetzt traut er sich nicht, ne? Wir kommen ja gleich von hinten rum. Oh, ich fache. Jetzt auch raus, okay. Sehr gut. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das war's für uns. Was war das? Ein M4 von hinten. Baut. Okay, wollen wir rausgehen? Ach ja. Wir haben alles gegeben. Ja. War zwar nicht viel, aber... Hm. 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 Klappt nicht. Wie klappt das heute nicht? Ist da Wurm drin? Ist da fast wie Wochenende, das Spiel. Oh, ist es gut. Hellcat, wir wollen den Sechser fahren. Ja. Ich probiere es mal aus. Ja, auch die Hellcat. Ja, also die Hellcat und ich, wir stehen noch nicht auf dem besten Fuß. Vielleicht, aber das wird noch. Na klar, passt schon. So, Schuki, hau deinen Cromwell B rein. Komm her. Nee. Ist doch ganz einfach. Und, wo ist der Cromwell? Na, sehe ich nicht. Na, wo ist der Cromwell? Wo ist er denn? Das ist er doch. Oha. Was denn? Was ist das, was ich über mehr sehe? Sieht gut aus. Also erst mal auf den ersten Blick so. Oh. Wir gehören hier zu den Top Ten hier. Top Ten. Hmhm. Okay. Schuki geht ein bisschen spotten. Ist aber ein bisschen vorsichtig. Setzt ihn nicht abknabbern. Ja, und wir gucken mal, wo wir uns hinstellen können. Und wir können mal ein bisschen so ein bisschen rumballern können. Ich teile sogar Schokoladenpudding. Einmal Ruhe auf dem Bild. Ja, aber nur, wenn es dir nicht so gut geht. Ja. Da ging es mir doch prima an dem Tag. Ah ja. Befehlung! Ja. Da werde ich mal zum Matenplatoon abgestempelt. Meine Güte. Hat er nicht mal angefangen? Und da wird hier das Rumgeflame schon wieder los, ey. Hm. Meine Fresse. Echte Helden, ne? Super. Tomato Platoon, ja. Ja, das ist okay. Also ich mag Tomaten gerne. Ich esse die gerne. Tomaten sind auch lecker. Ne? Tomatenbrot, Tomatensalat, Tomatensauce. Oh, oh, Schaden durchfraben. Was hast du denn gemacht? Ja, dann musst du aufpassen. Ich soll die anderen euch jetzt noch dazu machen. Dann musst du aufpassen. Das macht sich nicht gut, ja. Jo. Vorsicht, da vorne kreucht was rum. Nicht, dass ihr nicht... Ja, ne? Weiß schon. Dann kommen wir nicht nebenbei. Immer weiterfahren, wenn es geht. Immer weiterfahren. Ich stehe ehrlich, ich war ganz schön beschissen mit meiner Künfte hier. Ich muss ja auf nichts einzielen, okay? Ich habe 50 Kopfschmerzen bekommen. Ich habe das aufs Dach bekommen. Nicht gut. Kommt, nein. So, Schofi, wo bist du? Oh. So können wir nicht gewinnen. Ja, ich kann so rum gehen. Doch, besser spielen. Okay. Warum? Warum? Ach. Ist doch nicht blau. Locker bleiben. Ich kann hier nicht... Bild hat der Zug. Oh, lass uns das schreiben. Es sind so viele Dinger hier one shot, ich kann auch nicht schießen. Jetzt kommt da... Was? Wir haben sie. Hey, hey, hey. Wir haben sie getroffen. Das ist nicht mal mehr ein Wurm, der da drin ist. Vielleicht ist es einfach unter Wochentag, so Donnerstag. Das ist ein Bandwurm, der da drin ist. Ja. Echt. Verdammt. Verdammt. Aber jetzt wird es anders. Dein Wort. Mhm. Wollen wir mal gucken, was es wert ist. Ich sehe gerade bei mir unten, beim Aufnahmeprogramm hat der bei 23 Minuten 37 aufgehört. Ich hoffe natürlich, dass der trotzdem weiter aufgenommen hat. Also meins läuft durch. Was für ein Wurm benutzt du? Ähm, hier von AMD, das Ding. Das läuft eigentlich immer ganz locker flockig durch. Eine Stunde. Ich habe hier den OBS hier, den Open Screen, Open Broadcast Screen Dingsbums da. Hm. Gibt es für Apple, gibt es für Linux und gibt es für Windows. Und das ist ganz gut eigentlich. Ja. Ist kostenlos, kostet nichts. Achso, ich fahr mal so ein bisschen vorweg, ne? Ja. Da ich denke mal, zur Not wahrscheinlich, verlinke ich einfach nur dann deinen Stream. Oder so. Der wird vielleicht wieder hochgeladen. Genau. Dann siehst du auch mal das Wartebild. Achja. Ja. So, wir fahren mal hier rum. Ja. Hier ist ein Wolverine. Wir fahren hier mal ganz außen rum. Oh, drei Artis auf jeder Seite. Na super. Na gucken wir mal. Na gucken wir mal. Wie es läuft. Huch. Da ist irgendwas schon durchgekommen, oder? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Ich weiß, wie kann ich da nur denn nicht machen. Das ist doof. Okay, lassen wir den dann mal lang fahren. Oh, was haben wir denn da? Oh, was haben wir denn da? Ja. Der ging nicht durch. Gebounced. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Oh, verschossen. Okay, der ist raus. Sehr schön. Jetzt haben wir unten immer noch den T67 hier unten. Ja, der Stenker da. Der fährt immer vor und zurück. Können die einen mal aufmachen? Vor allem nicht ganz so weit runter. Der steht ganz hinten irgendwo um die Ecke. Ja, da ist er. Coco Jambo. Oh. Oh. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Den übersteht ein Stück. Sehr schön. Das war eben Stereo von euch beiden hier. Hahaha. So, vorsichtig. Die kommen wir hinten gleich hier rum. Schön, dann verpackt. Wir fahren gleich den Rücken hier. Jep. War das? Wir fahren voll durch ihre Panzer rum. Boah, ich hasse Luchs, ey. Ich hasse Luchs. Ich hasse Luchs. Verfehlt. Feuer rum hier. Heeeey. Boah. Ja, toll. Heeeey. Heeeey. Ha, der ging voll durch ihre Panzer rum. Okay. Aber guck mal, wie schnell wieder das ganze Team aufgeraucht war. Ja. Hä? Wahnsinn. Ich hab drei Schaden gemacht. Ja. Ja. Jetzt guck mal, da ergeblich nächste Mal rein. Guck mal, wer die Loser waren, ne? Ja. So schön ordentlich Punkte und bum 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 bum. Alles gemacht. Wenn ihr guckt, guck mal unten hier. Ab Lukas, alles mit null. Wie willst du da was machen? Ja. Aber ich frag mich. Das ist ja krass. Also wir haben alles gegeben, was ging. Mehr ging nicht. Ja. Ruhmreich sind wir zugrunde gegangen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also nein. Ja, recht. Ein Zeul 7er. Ein Zeul 7er. Ein Zeul 8er Panzer auf beiden Seiten. Okay. Einmal sturer Emil, einmal A44. Okay. Der hat den Tog 2. Na ja, gut. So ein langsames Ding. Der Tog. Der ist schön groß, der ist langsam, schön in die Seite rein. Das macht Spaß. So, wir müssen angreifen. Sehe ich hier. Wir bleiben auf der Seite. Und fahren mal vor und sich dich mal vor. Wir gucken mal. Okay. Immer schön in Deckung. Haben wir einen Scout. Der fällt hier vorne schon. Sehr schön. Na ja, da ist eine Hellkette. Schön. Da geht es dann in der Mitte auf. Okay. Da sind drübeinander. Okay. 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 Schöner schon ist. Ich habe nichts getroffen hier. Schöner. Scouts machen wir auch nicht. Groß was. Okay. Bleiben an. Okay. Super. Das klicken wir auch mal vor. Ok, der KV2 ist Haus, das ist schon sehr schön Da ist der Tock Und die OI Wir unterstützen mal die ganzen Jungs da Der Tock ist da ganz oben auf dem Berg Das ist keine Lust Ok Oh Achtung! Ich möchte eine Ecke tockt haben, Freunde. Ich möchte eine Ecke tockt haben. Hier, für jeden einen tockt. Einmal. Ja, super. Der Sauter erwischt mich natürlich. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der haben sie nicht mehr angekratzt. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Wow. Wir sind erledigt. Der KV-1. Ich bin raus. Das war eine scheiß Runde. Eine Null Runde. Das ziehe ich ja nun gar nicht. Oh Mann, ey. Ich war sogar zu voreilig. Hm. Ja, wie ist denn, bewachst du meinen Frack? Ist ja auch mal ganz nett von dir. Was? Meinen Frack hast du bewacht. Meinen schönen kaputten Panzer da. Ja, genau. Da ist nur noch einer irgendwie, was macht. Was man nicht macht. Ja. Wo sind sie denn? Ey, 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 caramba. Oh, da hinter uns. Ja, wir haben ja zumindest Scouts gehabt von uns auf der Seite. Ja. Kommen sie von der anderen Seite. Scheiß aber auch ein. Durch, durch. Autsch. Unser Munitionslager wurde getroffen. Los, hau ich in eins drauf. Ja, klar. Ja, ist nun mal in der Nacht alle Zeit. Cool. Da muss halt vorausschauen. So, wollen wir rausgehen? Oh ja. Ja. Läuft ja gar nicht gut. Naja. Na, für Ruhe mit Ehre wäre das halt, glaube ich, nix. Ah, das wird heute, ja. Anschauen wir mal, wie man es nicht machen sollte vielleicht. Ja, genau. So ein Tutorial bitte so nicht. Ah. Genau. Das haben wir andere aber auch. Oh. Okay. Ja, da fahre ich auch mal in ein Premium hier. Zack. Und zack. Dann will ich mich mal nicht lumpen lassen hier. Oh. Kleines Kommelgewusel machen. Pass auf, ein 8er Gefecht jetzt. Super. Na, klasse. Ha! Ich spiel Lotto heute noch. Ach, du dickes Ei. Mann, oh Mann. Ja, wo wuselt man denn erstmal hin? Gibt's ne Arti, gibt ne Arti. Lass uns doch mal schnell dorthin wuseln. Also hier rechts im Berg hoch und dann gleich links, ja? Genau. Oder obwohl, wir können noch links hoch und dann da. Auf geht's! Mal kommen. Mal Vollgas geben. Kommen wir, ist cool. Kommen wir, macht Spaß. Das stimmt, ja. Ich muss ich gucken. Der Kommel ist unten. Der stört uns nicht. Okay, den haben wir rausgenommen, da haben wir was gut gemacht. So, unten ist die S. Auf geht's. Was tun da noch entdeckt? Ah, wie viel, wie viel Nutzer. Oh, scheiße. Autsch. Mist. Ich bin zu weit vorgefahren. Mistiger welcher. Oh, nie. Hätte so schön sein können. Hm. Von, die Schurkiefer zurück. Oh. Aua. So, Schmerz. Wisst du? Hehehe. Hurra, ja, hm, ha. Okay, gehen wir raus. KV 13 gibt's auch? KV 13 gibt's auch, ehrlich jetzt? Ja. Bisschen medium. Wieviel gibt's davon denn noch? Ganz, ganz viele. Ah, freut mich mal. KV 1, KV 2, KV 1S, KV 3, KV 13, KV 4, KV 5, KV 85. Ja. Ich glaub, jetzt hab ich's alle. Gut. Wollen wir raus? Ich bin schon draußen. Okay. Ja. Ich auch. Ah, 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 ah. Oh, Mann, ey, das ist ja frustrierend, ey. Heute klappt gar nix, aber partout nichts. Ah. Der nächste Titel wird Pro-Noob werden, dann gewinnen wir alles wahrscheinlich. Ja. Quats. Wir haben vielleicht 3 von 15 Gefechten gewonnen, wenn überhaupt. Super, ey. Ja, ich klicke gerade durch, ist ja gut. So. Oh, jetzt noch, zack und fertig. Hallo. Oh, meine Güte. System wollte nicht. So, gucken wir mal. Ballern die hier rum. Hm. Außer Ehre. Wo wollen wir lang? Hm. Weiß ich nicht, Richtung Berg oder? Oder rechts lang? Wir fahren ein bisschen rechts. Wir fahren rechts. Na denn? Hm, hm, hm. Das ist ein Medium-Park da auf. Hm. Es geht ja noch gar nix auf hier, kann das sein? Den kann ich nicht wirken. Gibt zwei Artis. Na, super. Und nix, was man so ein bisschen spottet oder aufmacht hier. Das liebe ich ja immer. Ah, da ist ja noch gar nix auf. Ja, da vorne ist irgendwas. Der ging voll durch Ihre Panzer rum. Ja. Ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Es spottet auch keiner mal so richtig weiter voran hier. Kann das sein? Mhm. Das ist ein Panzer. Und die Artie, eigentlich kannst du hier oben rechts schön im Gerüst drinstehen, aber die Artie schießt einfach blind rein. Also genau ein bisschen, da stehen sie alle. Wahrscheinlich, ja. Den krieg ich nicht. Das war kein bisschen was, wo hier mal Licht aufgeht, ja? So, geht nicht ganz so weit. Dann brauche ich noch was auf und Deckung. Oh Mann ey. Ich sag euch. Du fährst! Gabelie! Nein, du musst gucken, dass du Deckung hast, dass du mir nicht so weit vorfährst. Das muss wehtun. Nee. Tja, ging voll durch Ihre Panzer rum. Ziel erfasst. Ich sehe sie nicht mehr. Einer mal in Churchillland aufmachen. Oh, jetzt fährt doch keiner weiter vor zum Spotten. Ey, jetzt ist es zum Kotzen. Können alle Churchill da mal aufmachen? Hinter dir kommt ein KV-1-Klemmel. Ja, da wird's. Ja, hm, hm, hm. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl, weil er... Ja, aber der Churchill geht nicht auf. Es spottet keiner. Es macht keiner hinten Licht auf. Nix. Keiner macht da Licht auf. Kein Stück. Alle stehen da in der Mittellinie rum. Ey. Keiner macht mal Licht auf. Wenn keiner vorfällt, verhangen wir hier. Super, klasse. Ganz großes Kino. Das liebe ich an den Spielen immer, weißt du? Hm. Jetzt fehlt nur, dass das geflame wie beschissig gespielt habe, weißt du? Dann passt das alles. Ja, an solchen Tagen, ehrlich, ey. Aber das ist auch hier, ähm, gespottet jetzt am Ende, haben hier, und also er hier vorne, der, an einer der TD, der nach vorne gefahren ist, hier. Hm. Eki, dreimal fünf. Ach, du bist auch schon raus? Ja. Wollen wir auch rausgehen? Okay. Ey, das geht doch gar nicht, ey. Keiner hat Licht gemacht. Willst du noch was machen, ja? Hm. Super, ey. So, ich guck grad aufs Öhrchen. Für mich wäre jetzt, äh, Sofa. Ja? Ja. Und dann werde ich gleich mal gucken, ob das Programm aufgezeichnet hat. Hm. Wahrscheinlich nicht. Haha. Ah ja, es gibt auch zwei Möglichkeiten, ne? Ja, dann bette ich einfach, das geht ja irgendwie nicht. Kann ja dann streamen dann bei mir mit allen Betten und dann ist das so. Ja, okay, machen wir so. Das wäre schade, aber egal. Hm, so. Vielleicht ist es auch nur Fehler 40 oder so. Ah! Das ist meistens so eigentlich, Fehler 40, ne? Ja. Echt. Na gut, hat trotzdem viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auch wenn wir heute nicht so viel gerissen haben, irgendwie. Irgendwie war da der Wurm drin. War ja. Wahrscheinlich sogar der Bandwurm, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, schönen Dank an die Schoko-Diebel, an Schmerz-Kar. Ne? Danke, danke. Wir danken dir. Und dann bis zum nächsten Mal, ich denke mal Montag wieder, ne? Ganz genau. Schönen Abend noch. Okay, gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.